du weißt niemals welche schweißaufgabe dich im leben erwartet darum ist es immer unwahrscheinlich wichtig dass man ein gerät hat das wirklich alles kann alles kann definitiv kein gerät aber ich habe hier heute ein schweißgerät ein esab rebel emp 205 ac dc das ist ein gerät das kann wirklich viel das kann richtig richtig viel habe ich in der form noch nicht erlebt darum war ich da so geflasht von dem gerät darum habe ich gesagt ich muss euch das gerät mal vorstellen wir haben jetzt hier ein vollständiges weg schweißgerät nicht nur gleichstrom sondern auch wechselstrom also ein weg ac dc schweißgerät wir haben ein komplettes mic mac schweißgerät weg schweißen 205 ampere mit max schweißen mit bis zu 235 ampere wir haben eine funktion die nennt sich smart mic das ist nicht nur dass man irgendwo vorgegebene programme hat das ist eine dynamische lichtbogensteuerung das gerät guckt also was ihr macht und reguliert das nach man kann natürlich auch ganz normal manuellen mic mac schweißen man kann wirklich alle werkstoffe die man sich so vorstellen kann mit dem gerät mic mac schweißen zusätzlich haben wir auch eine elektronen schweißfunktion hat heute jedes gerät das gerät kann aber auch zellulose elektronen verschweißen also auch sehr beeindruckend das ist wirklich ein all in one gerät es gibt immer noch funktionen da wird man sicherlich sagen ja das hat das gerät nicht findet man bei jedem gerät in irgendeiner form alles kann kein gerät aber ich habe noch nie so ein komplettes gerät gesehen und dann wie gesagt diese benutzerführung und so andere kleine details die haben mich wirklich sehr sehr begeistert ich habe das gerät bei amerikanischen youtuber gesehen habe dann mal so geguckt ob man da in deutschland irgendwas zu findet und da habe ich nichts zu gefunden ich kenne einen webshop der heißt prime welding.de da werde ich das gerät auch verlinken und die verleihen solche geräte und die habe ich einfach mal angeschrieben und habe gesagt könnt ihr mir für meinen kanal nicht mal dieses schöne gerät ausleihen für zwei drei wochen dann teste ich das probiere das aus und stelle das meinen zuschauern davor und ich bin natürlich selber immer sehr sehr interessiert an so einer schweißtechnik dass ich da natürlich auch richtig richtig griffig bin und das gerät ist nicht nur sehr interessant von dem was es kann also welche schweißverfahren und welche features es so bietet das gerät ist auch von der benutzerführung einzigartig das kann wirklich jeder bedienen das ist so cool gelöst also finde ich echt toll ich werde euch da gleich ein paar beispiele zeigen alles kann man euch nicht zeigen weil dafür ist das einfach zu umfangreich aber vielleicht können wir noch ein paar mehr videos über das gerät machen weil man muss ganz klar sagen das ist natürlich jetzt ein gerät für den professionellen bereich passt nicht ganz so zu meinem kanal aber es ist natürlich so dass was jetzt hier so eine firma auf den markt bringt das gucken sich die anderen ab das sind die innovationen die in fünf oder in zehn jahren in euren hobbygeräten wieder findet auf der anderen seite ist das gerät vom rahmen her wirklich auch noch bezahlbar wenn man sieht von wegen bei anderen firmen kriegt man für den gleichen preis gerade mal ein wick ac dc schweißgerät das hat dann nicht so eine schöne benutzerführung und hier kriegt er da ein wick ac dc wick ac dc schweißgeräten max schweißgerät alles in einem also das finde ich schon ist wirklich noch einen tollen level ich finde das sieht auch cool aus mit diesem schwarz gelb das ist natürlich immer so eine geschmackssache außerdem ist das natürlich extrem robust gefertigt so richtig für den baustelleneinsatz wie man so schön sagt dass überall hier und hat hier diese griffe als abschirmung auch noch dass da nichts gleich auf dem display fallen kann also schon sehr sehr interessant wenn hier also wick und max schweißen mit dem gerät trotzdem und elektrode schweißen trotzdem kommt das gerät immer noch mit einem 230 volt stecker aus das gerät wenn man hier auf der rückseite guckt hat man hier in einer ausschalter und hat hier zwei anschlüsse das heißt das gerät hat zwei magnetventile man braucht also nicht umstöpseln wenn man jetzt einmal max schweißen will einmal weg schweißen will das gerät hat zwei ventile beziehungsweise zwei anschlüsse dann habe ich hier diese große klappe kann man genial öffnen hat richtig viel platz da unten drin und da ist dann gerade vorschub und die aufnahme man kann diese standardmäßigen fünf kilo rollen aufnehmen hat hier die drahtvorschub einheit sieht qualitativ natürlich auch sehr gut aus interessant dabei ist es auch nur ein zwei rollen drahtvorschub das heißt so eine weltfirma wie es ab sagt auch genauso wie man das sagt für eine fünf kilo rolle reicht ein qualitativ guter zwei rollen drahtvorschub wirklich aus und dann guckt man sich dieses kleine feature an das finde ich wirklich sehr sehr interessant sieht man das das ist jetzt hier dieser übergang von der drahtvorschub rolle in das schlauchpaket und normal ist das ein kleines röhrchen dieses kleine röhrchen hat dann immer den das problem dass sich dazwischen so kleiner luftspalt bildet und wenn man ganz weichen zusatz wie aluminium hat ja dann hat man ganz schnell das problem dass der zusatz sich hier dann wirklich aufstauen kann das heißt wenn ich irgendwo im schlauchpaket ein problem habe oder vornamen brenner dann kann sich hier so ein knoll bilden das ist sehr unschön mit diesem schönen kleinen keil bildet sich hier so ein knoll sicherlich vielleicht nicht mehr oder viel viel schwerer also schon mal eine sehr interessante sache das sind so kleine features die fallen mir gleich auf finde ich sehr sehr interessant wenn man das gerät gleich an hat dann ist das hier drin sogar beleuchtet dass man da auch arbeiten kann wenn man in irgendeinem raum ist von wegen wo es nicht so gute lichtverhältnisse sind ist auch sehr interessant so wie man die klappe hier aufmacht ist das ganze beleuchtet wenn ich das gerät jetzt einschalte dann geht der lüfter einmal kurz an und dann geht er wieder aus denn das gerät hat natürlich selbstverständlich einen temperaturgesteuerten lüfter jetzt kann ich das auch noch mal mit der klappe hier zeigen wie das lichter drin brennt da ist es schön an das ist natürlich auch mal eine schöne geniale sache dass man hier innen licht hat und sieht was man hier macht so das ist aber nur ein feature man sieht jetzt schon hier diese übersicht das ist jetzt wirklich interessant ich habe jetzt in einem drehe gleich habe ein bisschen das licht ausgemacht dass man das noch besser sieht und jetzt kann ich hier wirklich in diesem einen drehregler gehen und wenn ich das richtige habe gehe ich auf einstellen jetzt habe ich hier einstellungen bis der arzt kommt ich habe hier zum beispiel language das machen als erstes können wir das ganze auf deutsch umstellen und schon ist das deutsch ich habe zum beispiel hier das habe ich in der form auch selten gesehen ich habe die möglichkeit basis oder profi modus das heißt ich kann hier einstellen dass ich profi modus jeden prozess bis zum geht nicht mehr einstellen kann zum beispiel beim wegschweißen und ich kann es aber auch so einstellen dass ich wirklich nur basis habe dass ich dann nur hier oben an dem drehregler die ampere zahl verstellen kann ja also da gibt es auch noch mal ein modus dann habe ich hier zum beispiel auch anleitungen für die bedienung jetzt nicht im detail gucken ich will das nur mal so ganz kurz vorführen da habe ich zum beispiel hier die drahtvorschub einheit und dann kann ich hier durch wählen dann wird mir das ganze einmal gezeigt wie ich das benutze braucht man nicht unbedingt aber kann in vielen bereichen wirklich dann auch mal sehr sehr interessant sein jetzt wollen wir uns die ganzen prozesse mal im detail angucken alles kann man sich nicht angucken dafür ist das viel zu umfangreich aber die grundfunktion ist wirklich immer ich drehe mit meinem drehegler hier unten einfach den prozess an dann ticke ich drauf und dann werde ich darauf hingewiesen dass wirklich das gerät am richtigen pol sein muss das ist natürlich wichtig wenn ich hier ein gerät habe von wegen mit dem ich verschiedene prozesse an verschiedenen polen schweißen kann also der hinweis dann habe ich hier einmal informationen ist nicht ganz so wichtig dann habe ich hier die möglichkeit das ganze abzuspeichern und hier oben habe ich die möglichkeit in die parameter rein zu gehen wenn ich hier beim wick ac dc schweißen ich habe hier meinen drehregler den kann ich aufdrehen der funktioniert auch so wenn ich da richtig schnell dran wäre dann reagiert er und geht ganz schnell hoch dann wo sie nicht stundenlang drehen also schon mal sehr interessant 205 ampere hier habe ich die balance die kann ich hier immer einstellen das heißt wie weit ich hier in diesen negativen bereich gehe da würde ich jetzt so prinzipiell 60 bis 70 prozent ungefähr auswählen also 70 ist gut in dem bereich und dann habe ich die möglichkeit dass ich hier oben bei p reingehe und hier kann ich jetzt wirklich alles einstellen gas vor ström zeit gas nach ström zeit absenkt zeit ob ich mit dem fußschalter arbeiten will zwei takt vier takt balance frequenz die frequenz bis 400 das habe ich auch noch bei keinem ac dc schweißgerät bisher gesehen so braucht man zwar nicht aber ist natürlich gut zu haben ich habe hier den dc bereich werde ich wieder auf die polarität hingewiesen des schlauchpaketes dann habe ich hier halt auch wieder das gleiche hier habe ich noch den reiter puls zusätzlich dass ich den puls einstellen kann puls hat das gerät natürlich auch alles mit allen feinheiten alle kleinigkeiten und hier habe ich wieder den gleichen bereich fußschalter kann ich hier nutzen ich kann hf zündung nehmen ich kann die lift zündung benutzen als nächstes habe ich hier die elektronen schweißfunktion gehe ich auch ganz normal rein werde ich wieder darauf hingewiesen ich kann hier reingehen ich kann auswählen ob ich normale elektroden oder cellulose elektroden verschweißen will ich habe hier hot start habe ich hier hier habe ich art force also auch alles was sind wirklich schönes elektronen schweißgerät zu bieten hat inklusive dieser cellulose elektroden das ist wirklich was was man zum beispiel den pipeline bau oder dergleichen verwendet hier habe ich dann die filterad schweißfunktion hier normales mic max schweißen das ist auch noch mal ganz interessant ich habe immer wie gesagt diese memory diesen speicher ich habe hier die möglichkeit stahl edelstahl aluminium zu verschweißen dann habe ich hier oben die einstellung durch mal diese ganzen einstellungen an induktion das heißt wir haben immer so eine magnetische wirkung diese induktion diese sogenannte drossel die können wir hier verstellen dazu ist diese tabelle dann auch wieder wichtig die in dem seitenfach ist ich habe hier zwei takt vier takt gas vor ström zeit gas nach ström zeit wie der draht vor läuft wieder nach läuft alles schon mit werten eingestellt aber ich kann es variieren normal max schweißen spulgang schweißen also da sind wirklich tolle sachen so und jetzt gehen wir noch mal das wirklich noch mal richtig gute neben dem ac schweißen dass das gerät hat diesen es mit punkt das heißt das ist hier alles mit vorgegebenen programm werde ich gleich wenn ich reingehe gefragt von wegen welchen drahtdurchmesser ich nehme mir den 0 8 da dann habe ich hier oben praktisch nur noch den drehregler verstelle das ganze hier und das gerät gibt mir dann die ungefähre materialstärke vor das heißt beim schweißen brauche ich nur ein bisschen mehr hier ein bisschen mehr da und dann kann ich schweißen das ganze ist jetzt nicht nur dass es vorgegebene programme sind nein das gerät reguliert den lichtbogen ich kann das ganze hier verstellen die geometrie der naht das heißt wenn die naht stärker aufbauen soll die ich in die richtung ich habe mir einfach mal so ein paar muster vorbereitet das ist flachmaterial 50 x 4 mm habe ich mir stücke abgeschnitten einmal als kehl naht vorbereitet und einmal als stumpf naht das ist natürlich praktisch bei dem gerät ich kann das jetzt schön mit wick heften habe hier so eine vorbereitung die ich problemlos über schweißen kann und das ist jetzt hier die wurzel und das ist die stück schweißen und ich würde mal sagen wick schweißen ganz normal stahl das kann das gerät schon mal sehr sehr gut also ist qualitativ sehr gut funktioniert auf anhieb gut und jetzt bin ich natürlich gespannt was dieser automatisierte mic mac prozess kann ich habe hier stahl eingestellt ich habe bin auf 8,5 millimeter 8,5 meter drahtvorschub die minute gegangen drei millimeter und damit will ich das ganze erstmal ausprobieren ich werde nicht mal mehr ein test blech schweißen ich will gleich gucken was das gerät so abliefert normal würde ich so vorgehen erstmal auf dem test blech das ganze ausprobieren aber es ist ja ein automatisierter prozess und den wollen wir natürlich auch einfach mal kalt testen das ist jetzt wie gesagt die allererste naht ohne irgendeine probenaht oder dergleichen es schweißt gleich perfekt also das ist wirklich wahnsinn wahnsinn gefällt mir richtig gut ich habe keine spritze oder dergleichen das ist ein ganz ruhiger sauberer prozess machen wir folgendes jetzt mache ich immer auf gucken wir uns mal die rückseite an denn die rückseite ist natürlich beim schweißen auch immer sehr interessant ich würde mal behaupten ich habe hier auch eine schöne wurzel geschweißt jawohl das sieht auch sehr sehr gut aus wie gesagt noch nie irgendwo irgendwas mit dem gerät vorher geschweißt ich habe hier so ganz kleine übergänge zu dem wick bereich aber das ist auch marginal wo ich hier vorher diese stück schweißung durchgeführt habe ansonsten eine bildschöne wurzel keine unnötige überhöhung also das ist wirklich genial also es gefällt mir schon mal richtig gut wenn wir jetzt nächstes die kehl naht schweißen zweite versuch ist jetzt die kehl naht die erste naht war so ein bisschen bucke nicht ganz so gut gelungen und dann habe ich bei der zweiten naht einfach die einstellung ganz minimal verändert da habe ich so ein paar ganz kleine spritzer hier oben aber gehe ich einmal mit der drahtbürste rüber ist das weg und die ist dann auch richtig gut geworden das heißt ich habe einfach hier diese spannung die nahtgeometrie zwei nach hier verstellt und dadurch habe ich ein bisschen flachere naht gekriegt die dann nicht mittig so buckelig aufbaut und damit konnte man dann richtig schön das ganze schweißen also hat auch gut funktioniert jetzt können wir zum aluminium weitergehen jetzt rüste ich das ganze mal zum aluminium schweißen um das heißt ich nehme den hier raus stecke die masse um und stecke das schlauchpaket in den minuspol und dann kann ich schon aluminium schweißen hier brauche ich ja nur auswählen dieses grundmenü zurück dann gehe ich hier in ac drücke drauf werde noch mal darauf hingewiesen mit der polung habe ich gemacht die einstellung hatte ich ja vorhin schon vorgenommen das hat das gerät sich natürlich gemerkt jetzt bin ich über 120 ampere ich habe aluminium bleche in zwei und drei millimeter das kann ich damit problemlos schweißen lässt sich jetzt natürlich extrem einfach einstellen hat man gesehen und das funktioniert auch auf anhieb ich habe jetzt mal spaßes halber immer so ein bisschen mit der frequenz rum gespielt das heißt ich habe im prinzip nichts verändert an dem gerät nur immer die herzzahl verändert dann sieht man wie das sich auswirkt auf die schuppung hier ist so ein bisschen der im krater ein bisschen stark aber die schuppung hier sehr gleichmäßig und das ist 140 hertz das ist 100 hertz und hier sind wir dann bei meinen standard mäßigen 60 bis 80 hertz also schon wahnsinn wie sich die schuppung nur durch die frequenz verändert das aluminium schweißen ist wirklich das wo man sagen kann da kann man mit den einstellungen wirklich am meisten arbeiten ich bin aber immer jemand der sagt von wegen ich arbeite mit lieber 60 bis 80 hertz da kriegt man wirklich eine sehr schöne schuppung hin das sieht immer optisch wirklich sehr gut aus und da habe ich den prozess auch am besten im griff und da kann ich auch das material am besten mit aufbrechen aber das ist immer auch so ein bisschen eine individuelle sache schweißen tut das gerät aluminium auf jeden fall sehr gut der brenner gefällt mir auch sehr gut der hat hier sogar seine zwei tasten belegung wenn man das gerne möchte der mag brenner an sich von wegen den finde ich auch okay aber das ist so naja ist okay der weg brenner macht natürlich einen sehr guten eindruck ich habe den jetzt auch mit glasdüse gerüstet zum aluminium schweißen weil das ist so meine bevorzugte konfiguration ich finde das wirklich wahnsinnig interessant was so ein gerät für möglichkeiten bietet und das hat auch alles gleich auf anhieb wirklich sehr sehr gut funktioniert das aluminium schweißen hier in verschiedenen mustern verschiedenen versuchen sehr schön und am meisten hat mich wirklich dieser mic mac also dieser mic s prozess beeindruckt weil das funktioniert wirklich auf anhieb richtig gut es gibt heutzutage viele geräte die voreingestellte parameter und dergleichen haben die gut funktionieren das hat in meinem fall hier wirklich gleich perfekt funktioniert also das erste fazit von mir ist wirklich ein sehr schönes gerät ich hatte da eine menge videos zugesehen von amerikanischen youtuber wie gesagt fand ich sehr gut und was ich jetzt so mit dem gerät gemacht habe hat mir auch sehr gut gefallen ganz kurz zu diesem video wie gesagt ich habe mir das gerät bei prime welding punkt de ausgeliehen sage ich auch noch mal fetten dank dass ihr sowas macht ich habe da keine vorteile oder dergleichen von und ich habe auch keine nachteile hoffe ich mal und aber im großen und ganzen wie gesagt ich habe mir das gerät ausgeliehen es geht darum um hier auf so einem kanal schönen content interessanten content zu liefern interessante sachen vorzustellen und so solltet ihr dieses video auch sehen ich denke mal ich darf das gerät bestimmt noch mal so ein zwei wochen behalten das heißt wenn ihr mir jetzt in die kommentare schreibt wir können noch mal mit aluminium schweißen wir können noch mal vielleicht edelstahl damit schweißen mit wick oder so das ist sicherlich ein normales wick schweißgerät wir könnten da auch noch sachen ausprobieren was ich zum beispiel auch noch sehr interessant finde ich gehe mal in die kiste rein das ist der elektrodenhalter den finde ich auch mal stylisch wirklich sehr sehr gut da hat man hier dann verdreht man das so leicht dann wird die elektrode gespannt ist auch ein bisschen besonders da könnte man vielleicht auch noch mal was mit schweißen vielleicht könnte man sich auch mal eine zellulose elektrode besorgen und die damit verschweißen habe ich aber auch schon ich glaube 25 jahre nicht mehr gemacht müsste man gucken ob ich das noch hinkriege wäre auch interessant kann man nie das noch ansonsten wie gesagt mehr das video und das schweißen mit diesem gerät tierisch spaß gemacht ich hoffe euch hat es auch ein bisschen gefallen wenn es euch gefallen hat freue ich mich immer tierisch über einen daumen hoch ansonsten wünsche ich euch viel spaß zum schweißen und ansonsten gute und bezahlbare geräte verlinke ich auch immer unter dem video und zusätzlich auch immer viel interessantes material zum schweißen